Wie finden Bauherren angesichts der Fülle von Materialien, Farben und Größen die richtige Fliese für ihre Ansprüche? Der Fliesenhandel Keramundo begegnet dieser Frage mit einem neuen digitalen Beratungs- und Visualisierungstool. Mithilfe verschiedener Bilder lassen sich Favoriten auswählen, um zu erkennen, welcher Stil am besten passt. Ist die Wunschfliese gefunden, wird der Gesamtpreis mit dem Preiskalkulator geschätzt. Dabei werden verschiedene Parameter, zum Beispiel die Fläche und der Quadratmeterpreis der Fliese berücksichtigt. In der Ausstellung kann die Auswahl dann mit Alternativen verglichen werden. Anschließend lässt sich die Wirkung der gewählten Fliese mit dem virtuellen Raumstudio testen. Hierfür stehen zahlreiche unterschiedliche Raumbilder zur Verfügung. Ein spezielles Oberflächentool ermöglicht es, die Beschaffenheit der Fliesenoberflächen realitätsnah darzustellen. Die innovative Beratungslounge steht in jedem Keramundo-Standort zur Verfügung.